Oprah Winfrey ist in den USA eine der erfolgreichsten Frauen im Show-Business. Sie gilt als Perfektionistin. Doch wie sich nun herausstellt, gilt das nicht für alle Bereiche. Gerade postete sie dieses Bild von sich und Schauspieler Idris Elba auf Twitter. Mein erstes Selfie, schrieb sie dazu. Ja, Selfies, so heißen die Selbstporträts, die man mit dem Handy macht, sind nicht jedermanns Sache. Hier kommen die misslungensten Selfies der Stars. Madonna hat sich hier nicht wirklich gut getroffen. Tyra Banks sieht aus wie ein Gespenst. Nicht vorteilhaft, aber lustig. Kelly Osbourne beim Achterbahnfahren. Übrigens, wie ein Selfie gelingt, kann man auf YouTube lernen. Wir geben diese Supermodels die besten Tipps.